Wir sind jetzt fast in Hobart, da vor uns ist Mount Wellington und wir werden heute mal ein bisschen rumgucken und mal sehen, was wir finden. Welcome to Hobart, everyone. Das ist Mount Wellington, and we're going to have a look around Hobart today. We're going to have a look around Hobart. Das ist Mount Wellington. Business. We're going to have a look around Hobart. Halbart. Well, welcome to Hobart. Das ist der alte Teil des Haubartes, das ist die älteste, die Anfänge des Haubartes. Die alten Gebäude mit den alten Gebäuden. Nicht dieser. So, wir gehen durch die Stadt. Wir haben uns unser Geld vergessen, also mussten wir den ganzen Weg wieder zurück zum Van. So, jetzt erst mal was essen. Das erste Hotel, das jemals gebaut wurde in Australien. Die Hafenanlagen ist in der Nähe des Haubartes. Diese Stadt ist in der Nähe des Haubartes. die Hafenanlagen in Haubart sind wir. Sonst kriege ich eigentlich mit Kerstin. Oh, look at that little thing. Ja, noch ein kleines Video von Haubart, vom kleinen Hafen hier. Just dann at the wharf, harbour, whatever you want to call it. Lots and lots of sailing boats up there in the Durban River. Oh, yeah. And there's just another little monument here. We're making our way out of Haubart. Well, we're trying to anyway. Traffic is absolutely horrific here in Haubart. Yeah, we're trying our best. Da, we're up, diese Brücke. Over diese Brücke müssen wir. Alle anderen wollen das auch. Let's see how we go. We have to cross that bridge. Okay, we have it on the bridge. We'm headed on to the bridge. Um, yep, going across. Thank you. We are now in Richmond, and we are in a courtyard, this is a very old town here, as you can see, 1807, 1809 or so. Yeah, just got into Richmond. This is where the oldest bridge is in Australia's oldest bridge, was built by convicts, by gefangenen. That's the oldest bridge, 1807, we'll go back to that later. Yeah, we're still in Richmond Village, so I'm just going to take some... Sorry, too fast. Just a couple of videos of how it looks here. I haven't seen John Fennell. Die älteste Brücke in Australien von 1823. Immer noch im Gebrauch, wie man auch sieht, gebaut von Convicts, von Gefangenen. Mit Enten. Satt. 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 We're about a week behind. We're already in through Hobart and down to Cockle Creek. It's the most southerly point. This is the südlichste Punkt von Australien where the streets, where the roads end. Wo die Straße aufhört. Man kann nicht weiterfahren. Also, stay tuned. Kommt noch viel mehr. Und ja, es ist immer noch kalt. It's still cold. It's just up in there. Alright, stay tuned. Bye.